Zu träumen, nach dem Unbekannten und Schönen zu suchen, ist in sich schon Belohnung genug. Des Menschenstreben sollte mehr sein, als er greifen kann. Zu was wäre sonst der Himmel da? Sind Sie der Forscher? Geben Sie mir Ihre Hand. Ich will die Versunkene Stadt finden. Was Sie suchen, ist weit größer, als Sie sich vorgestellt haben. Es ist Ihr Schicksal. Er kennt Dich nicht, wenn Du zurückkehrst. Ich weiß, welch ein Opfer das für uns alle ist. Die Gegend ist extrem gefährlich. Die Reise kann Sie das Leben kosten, aber auch die Ehre Ihrer Familie wiederherstellen. Niemand kehrt von dort zurück. Die Angst hat noch niemals unser Leben bestimmt. Was haben Sie sich hier draußen erhofft? Vielleicht gibt es dort eine unbekannte Zivilisation, deren Existenz niemand für möglich gehalten hat. Dann schreiben wir ein völlig neues Kapitel unserer Geschichte. Ich nenne sie Zett. Sie existiert. Und wir müssen sie finden. Was haben Sie versucht an, sich? Sich- We cuts an. Untertitelung des ZDF, 2020